Was geht, my friends? Willkommen zurück zu... Richtig, BMG. Kappi. Ja, wir räumen das altberühmte Autohaus aus, ne? Das wunderschöne, teure Autohaus, ne? Jetzt sagt er selber, dass es teuer ist, also... Das muss man nicht verstehen. Jedenfalls, auf Todeshotel habe ich nicht hochgeladen. Habe ich gesehen, geguckt, wie auch immer. Ähm, was Lustiges ist, aber... Hier sind keine Kameras. Ich geh da mal, ja? Tschüss. Ich raub dann das Auto aus, okay? Ich raub das Auto aus, genau. So, dicke Titankameras, die ne Blechtür anguckt. Aber nicht den Parkplatz, wo man hätte einen steigen können. Ich rief doch nicht. Aber hey, das ist KI. Du kannst dich hier nicht vorhanden, deine Intelligenz. Du kannst mal chillen, du kannst auch easy nach hinten gucken. Du hast die Augen in mir gekuckt. Ich verstehe, ich hab's voll vergessen. Tut mir leid, du bist ein KI. Jetzt steh ich hier vom Kaffeeautomal, leider. Geh, bitte, geh. Au ab. Zieh Leine. Oh hey, guck mich an. Ja, geh, kauf dir irgendwas, aber geh. So, oh, ja, das geht die nächste Woche. Ich brauche... Guck mich nicht an, Mann. Geh. Oh nö, es ist ja du da hinten bestimmt. Verpiss dich. So, kommen wir hier. Oh nö, die Kacke ist hier oben. This is it. Ha, runter, runter, runter. Ich steck fest. Ah ne, warte mal. Geh doch einfacher. Ja, wie gesagt, tut ihr ein bisschen keine Zivilisten, wenn ihr es nicht machen müsst oder nötig ist, wie der Notfall ist. Kostet Kohle, ne? Ist nicht ganz geil. Ich glaub, 10 Dollar hat mich das gerade gekostet. Und wenn ihr eine Masserkammer macht und jedes, äh, Zivilist umbringt. Was denn? Dann... Verliebt ihr schon so paar hunderttausend Dollar? Ist das nicht peinlich, Junge? Du arbeitest als Sicherheitsdienst, ne? In einem Autohaus, was teuer heißt, was kaum Kunden hat. Nicht, weil die Snackautomaten funktionieren für die. Oh mein Gott. Da werde ich mir über den Job ganz anders überlegen. Eduard Black. Oh! Das schreckt mich nicht. Madame. Wie so geil ist, dass sie durchgeflutscht. Alter, das ist aber der Rutsch hier. Eduard Small. Ich muss da lang gehen. Guck mal, ob da jemand kommt. Kommt da einer? Dann nicht. Smalltalk ist nicht für jedermann. Ja! Ah! Jetzt hör auf mich her zu bieten. Blöde Zicke. Detail-Kameras, ne? Ne, ne, ne. Habe ich am Anfang sehr oft kaputt gemacht, was eigentlich dumm ist. Weil. Guck nicht so. Äh, der Dingens hier. Na, wie heißt das? Die wird nicht erworben. Skittert. Ähm, weil die denn. Ich stehe doch bei den Tipps. Sollte mal lesen. Nicht so, wie ich einfach überfliegen. Äh, die. Dingens. Na. Watch the guard. Ey, was wollte ich Ihnen gerade sagen? Achso. Ey, die schicken jemanden dahin. It's a guard. Die schicken wirklich jemanden dahin, um zu gucken, was mit der Kamera los ist. Weil die ja kein Bild sind. Logischerweise. Deswegen schicken sie einen hin und sagen, ey, du, komm mal da lang, da sind Kameraflutsch. Und wenn ihr da die Leichensäcke nicht versteckt oder ihr Leichen habt, dann seid ihr nochmal gefickt, weil... ...det ihr in die Bolle hoch. Oder allgemein bei der kaputten Kamera, wenn er die sieht, denn... Alarm. Eduard. Du blöde. Warum geht ihr immer alle da lang? Warum, Digger, könnt ihr nicht einen normalen scheiß Weg gehen, Alter? Geht ab. Geht ab. Ich schmeiß nur in der Leiche weg, okay? Ist okay. Ach nee, ich geh das in die Kunde nicht an. Doch. Ha! Hat er nicht gesehen. Na ja, Versuch. Das hat euch den Namen auch wieder verhäst. Scheiße. Geh mal weg, Mann. Nee, die Olle steht da immer noch, Alter. Bei solchen RPCs, da habt ihr richtig... Ey, man, Black, Alter. Hau ab! Natürlich siehst du mich durch nem Stuhl. Ey, was ist mit dir? Du kennst dich hier, Intelligenz. Das ist nicht die hellste. Das hätte man sich aber auch denken können. Hello? Please own a jumpscare, please? Boah, safe kommen wir durch hinten aus der Ecke rausgesprungen, Alter. Hey, geh weg, guck mich nicht an. Oh. Das ist so lange, Bruder. Habe ich mir mein Leichen vergessen? Gott, ich habe immer so Paranoia, Alter. Ein Leichensack. Wo sie... Oh, da hinten. Am Auto, Digga, da bin ich ja sowieso gleich. Aber dann brauche ich den auch nicht mehr. Aber die ganze Bude sprengen. Nee, fuck, da muss ich ja hier lang. Kann ich was noch nicht machen, was ich hier nicht. Wo war die Tür oben, wa? Nee, jetzt müssen wir mal wirklich gucken. Ja, hier. Ich kann es nicht lassen. Ich kann es nicht lassen, Alter. Nothing going on here. You can relax. Macht am besten das, was dem ist. Ja, sag du nicht das, was du willst. Könnte schief gehen. Ja, gucke ich jetzt nicht lang. Das risiko gehe ich nicht ein. Das gehe ich nicht ein. Das gehe ich nicht ein. Du bist auch eine super Kamera, ne? Ich renne bewaffnet sich, die gehen mit der Leichen. Aber hey. Ich glaube, die war oben. Verpiss dich mal. Ich muss da lang. Oder muss ich mir mal Leichensäcke mit dem? In dem Fall, dass ich dich töten muss. Bei der passt das. Da bist du tot, Bruder. Dann gehöre dieser Schrott-Lambo-Rambo mir. Jetzt warten wir nur noch auf den, bis er weg ist. Schick. Was sucht eigentlich ein Sandsäcke hier bei einem Autohaus? Verstehe ich gut. Hier ist nicht mal eine Baustelle. Oh, ganz kritische Lage. Wenn ich jumpen, war der hoch. Jeder Zivilist, den ich hier treffe. Mir egal. War das oben oder war das unten? Ich fange mal von hier an, weil... Den hier nehme ich aber zum Schluss, weil wenn der da ist, musst du direkt rennen, Digger. Updates. Timing. Ne, warte mal. War das oben oder war das unten? Boah, ich werde zu Zeit verschwenden, Alter. Zeit verschwenden. Oben. Hallo. Oh, 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 oh. Hallo, ich bin da. Moin. Hallo. Oh, nein. Oh, ja, klar, Alter. Ich vertaxe bis in... Das ist richtig, mein Tag. Oh, wo da? Oh Gott. Ich fände es in der Sicht. Boah, Alter, Norbin, ich verstehe mir. Ja, es passt von der Zeit an. Ja. Ja, nicht Unfall bauen. Können wir uns nicht leisten. Na, umfällig noch. Zehn Sekunden. Na, Bruder. Easy. Und das war es mit dem Video? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Chill. Mit. Ö. Wie hat das Ding gemacht? Mal gucken. Oh. 1,4 Millionen für alle Fahrzeuge. Ja, ich kann ja nicht alle mitten. Na, Schradiger. Aber jetzt hast du nochmal 10 Millionen auf dem Konto, ne? Weil ich ja so gut war, Kapi. Äh, Opa und Geld. 40.000, das lässt sich den Digger. Hau da rein. Easy. 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 Easy.